ja hallo leute heute möchte ich euch eins meiner ganz besonderen messer vorstellen und zwar das se5 das ist ein unglaublich geiles teil und das ist wirklich für extrem harte sachen gedacht ein wirklich schönes teil richtig dick das ist ein richtiger hauer 10 95 g karbonstahl der absolute brenner das hat hier so eine kleine mulde drin für den feuerbohrer der absolute hammer hier ein stück paraguard mit der seriennummer 4719 und hier ein leicht angespitzter glasbrecher am erl hinten das messer ist richtig stark hat hier eine schöne daumenauflage die auch recht griffig ist das ganze teil ist da es aus 10 95 g karbonstahl ist ich sag mal bedingt rostanfällig es geht eigentlich bei mir war es so ich habe das relativ viel benutzt im wald draußen und durch das hat man gerade beim batonin gemerkt dass hier die beschichtung relativ angegriffen wurde auch wenn man ein bisschen älteres holz oder auch mal versucht hat das messer zu nehmen um irgendwas zu graben das ist ja wirklich für das grobe gedacht ist das mit der zeit hier so ein bisschen in mitleidenschaft gezogen worden deswegen habe ich das ganze mit sandpapier hier ein bisschen abgeschmierig was halt schon recht gebraucht ausgesehen hat und das hat mich ein bisschen genervt und deswegen habe ich das eigentlich gemacht es ist ein absoluter brecher das teil wirklich ich glaube dass die klingen stärke 6,3 millimeter beträgt das ganze teil wiegt 400 ich glaube 45 gramm ohne diese keine gescheide und wie gesagt das liegt richtig satt in der hand richtig gut und was bei diesem messer absolut spitze ist man hat einfach lebenslange garantie sprich selbst wenn ich dieses teil verkaufen würde muss ich nicht vorhabe würde diese lebenslange garantie auf den nächsten käufer übergehen also egal wer dieses messer besitzt wenn irgendwas damit sein sollte was bei dieser klingenstärke sehr unwahrscheinlich ist dann kann man das einsenden und es wird sofort ersetzt darauf geben die garantie kann man auch im internet nachlesen die stehen zu ihrem wort und das einzige worauf man richtig aufpassen muss ist dass es nicht rostet es darf nicht rosten wie gesagt alles andere wird ersetzt hier drei schrauben im bus wirklich super hier noch mal der schriftzug und kann schlecht erkennen das hat wirklich schon vielen gebrauch ich habe den feuer bohrer paar mal benutzt war am anfang skeptisch beim ersten mal hatte ich gedacht durch die reibung vielleicht wird es ja schwarz werden oder irgendwie auch die hitze vielleicht wird es dem ganzen nicht gut tun aber man sieht das ist eigentlich am besten erhalten ich habe wirklich drei oder vier mal benutzt und es hat sehr sehr gut funktioniert muss ich wirklich sagen also keinerlei veränderungen keine abschabungen nichts das ist wirklich richtig richtig super griffmaterial die kater ist es so wie ich das sehe und ja es ist der absolute bergert dieses ding es ist auch so die scheide selber die ist super passgenau hat hier unten noch ein drainage loch damit das ganze so richtig schön ablaufen kann wenn es mal feucht ist damit kein wasser drin steht und nichts das hat eine sicherung hier und zwar diese schraube jetzt kann ich das messer ganz locker rausziehen es hält es hält auch so also es hat schon ein bisschen druck es rastet gut ein und wenn ich jetzt diese schraube hier nehmen und die nach oben ziehen durch dieses ich weiß nicht ob man das so sieht jetzt ist es ein bisschen weiter geöffnet hier und wenn ich das nach oben ziehe schließt sich das ganze das heißt hier diese einbuchtung drückt sich so zusammen das bringst du nicht raus ach da musst du richtig anreißen also das ist wirklich fest drin dieses teil ja alles in allem ein absolut geniales teil den clip hier kann man natürlich jederzeit wechseln auf die andere seite rechts wie links bedienbar das messer es ist wirklich ein schönes ziemlich teures messer das meiner meinung nach sein geld absolut wert ist also mit dem kann man wirklich Bäume fällen mit dem kannst du alles machen das ist der Hammer das ist so ein richtiges Monster ich bin ja der absolute Fan von meinem F1 Fellkneten beziehungsweise von meinem Enzo Trapper das sind meine Favoriten aber bei dem hier muss ich ganz ehrlich sagen wenn es ans Grobe geht unschlagbar unschlagbar dieses Teil ich finde auch von der Schneidleistung her und auch von der von der Schärfe wirklich gut dieser 1095er Carbon Stahl lässt sich sehr sehr gut nachschärfen richtig richtig übel scharf machen lässt er sich also das ist echt übel das Teil wirklich richtig fein feines Gerät durchaus eins meiner Lieblinge richtig richtig schönes Messer richtig richtig schönes Messer mit dem kann man auch gut graben wenn es irgendwie ist falls es sein muss wirklich absolut zentriert schön zulaufend unglaublich also wer ein Messer für das für das richtig grobe sucht ein zuverlässiges Messer das leicht zu schärfen ist das eine wirklich brachiale Schärfe aufweist und mit dem man wirklich alles hacken und schreddern kann wie man möchte wo man auf nichts aufpassen muss und wer natürlich auch sagt okay er ist dieses Plus an Gewicht nicht abdurchsig und schleppt es gerne in der Gegend umeinander der wird damit seine Freude haben absolut also ich kann das Messer nur empfehlen ich bin sehr sehr zufrieden damit ich finde es super es ist schnell durch diesen Clip man kann es schnell anlegen schnell weg tun also es ist absolut der Brenner mir gefällt es unglaublich unglaublich gut ja soviel dazu viel Spaß und ja ich werde noch ein paar meiner Messer zeigen und ich hoffe ihr habt Spaß daran also Servus